Das ist ja jetzt ein richtiges Spielzimmer inzwischen. Jetzt wird nicht nur nicht schlafen, jetzt wird auch schon getrunken. Wie sie hier alle miteinander spielen, oder? Warum? Jetzt hat jeder eine zum Spielen. Jetzt haben wir alle einen Partner. Bleib hier! Das ist wie sie da auf der Mama umspringen. Oh, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Na Mama? Ja, willst du auch gestreichend werden? Ja. Uh. Was? Mau?